Frau Ananita Ja, sehr geehrte Damen und Herren, hochverehrtes Publikum, herzlich willkommen in meinem Albtraum. Herzlich willkommen bei Deutschland sucht die Superfrau. Gebt uns Frauen das Kommando. Wir wissen genau, was wir tun. Die Welt gehört in Frauenhände, dem Trübsen ein Ende. Männer werden in Grund und Boden gelacht. Frauen an die Macht. Frauen an die Macht. Oh Gott, nein. Frauen seid ihr alle da? Ja! Und Männchen seid ihr auch da? Ja! Und da kommt auf einmal ihre Frau und sagt zu ihnen, Schatz, wir müssen reden. Was heißt das jetzt übersetzt? Ganz einfach, ich möchte mich über etwas beschweren. Als versierter männlicher Kommunikator fragen sie natürlich gleich nach und sagen, Schatz, bist du sauer? Das heißt übersetzt, natürlich bin ich sauer, du Arzt! Machen wir den Männern Mut! Manchmal gehst du dir dein Schraubenpferd zurück. Und manchmal bist du, manchmal bist du ne Rast und du, manchmal schließt du alle Türen nach. Jetzt sagt die SDS, die da euch mal muss, wo es reingeht. Die da sagt euch mal was, ihr Schlappis, ihr Weicheier. Die einzige Frau, auf die ich höre, ist die Uschi in meinem Navigationssystem. Die glauben immer nur, dass mir die bessere Menschen sind. Also, mein großes Vorbild, das, das ist die Angela. Heuerlich, dieser alte Kampfdackele. Das muss man sich ja mal vorstellen. Wenn die Elche wegbisse hat, haben wir den Stäuber Rassen. Den Gletschröder Rassenkopf. Und den Schröder Rassenkopf. Und den Kohl. Wobei, ehrlich, den muss man ja schon mal verdauen. Der alte Schuhfreund, das mit mir gut meint. Der fehlt den Spätzchen meiner Pulli in Zeug. Und jetzt sagt er, was er tun soll, übernehme den Song rein. Na du? Was ist denn die dritte Wurzel aus 67.312.710? 48.312.7,2. Falsch! Hättest du nicht so viel auf meine Tipptees geguckt, dann wär's dir vielleicht eingefallen. Falsch! Hättest du nicht so viel auf meine Tipptees gebracht. Falsch! Die Welt gehört in Frauenhände, dem trübsel Allende, Männer werden in Grund und Boden gelacht, Frauen an die Macht. Dem trübsen Allende, Männer werden in Grund und Boden gelacht, Frauen an die Macht. Untertitelung. BR 2018